Heute berichten wir vom Festumzug auf den Matheisenmarkt und fangen die Stimmungslage ein. Wie ist die Stimmung? Sehr gut, hier ist richtig geile Stimmung. Schriezheim, immer gute Stimmung, vor allem Matheisenmarkt. Wir fragen jetzt mal nach, wie die Stimmung da oben ist. Tolle Stimmung heute auf dem Matheisenmarkt, prima Wetter, wir haben alle sehr viel Spaß. Wir sind hier gerade beim Verkehrsverein auf dem Wagen, wie ist die Stimmung? Sehr, sehr gut, wie man sieht, wir sind alle gut gelaunt, wir haben Spaß dabei, den Kindern macht es Spaß, wir schenken Wein aus, wir schenken Gummibärchen aus, es macht Spaß. Wir trinken hier einen Schriezheimer Briesling vom Kuhberg hier in Schriezheim direkt. Zum Wohl! Zum Wohl! Jawohl! Jungs, warum sollte man heute auf dem Matheisenmarkt vorbeikommen? Ja, also Matheisenmarkt ist Kultur in Schriezheim, also das gehört einfach dazu. Da muss man auch sonntags mal rausgehen auf die Straße, das ist so meine Einstellung. So muss es sein, fürs Gute geht es mal. Oder immer Rai oder Sieben. Und was ganz wichtig ist, immer ein bisschen Wein dabei haben. Bei dem Wetter ist es heute für uns auch nochmal so ein richtig schöner Abschluss. Das ist heute für uns auch nochmal so ein richtig schöner Abschluss.